Hallo ihr Lieben und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge, ich bin besser als die Elia. Kannst vergessen, bist du gar nicht. Natürlich. Nein, bist du gar nicht. Komm, ich beweise es dir. Wer die ganze Zeit Granaten irgendwo gegenwirft und uns alle explodieren lässt, ist gar nicht gut. Ich glaube, hätten wir einen einfachen Spielstand, dann würden wir alle schon tot sein. Aber Gott sei Dank nehmen wir ja den schwersten Schwierigkeitsgrad. Genau, und würdest du nicht immer vordackeln, dann würden wir alle leben noch. Immer? Das war einmal, als ich diesen einen Zombie töten wollte, aber nö, Kalli lässt sich natürlich wieder zurückfallen und lässt sich die Eier schaukeln. Und natürlich kommt sie einfach nicht hinterher, Eier. Eierstöcke, Schätzlein. Dann hol mal erstmal die Hühnereier aus der Hose. Auf jeden Fall ist meine Pistole ein bisschen besser geworden. Meine Uzi ist besser geworden. Ich freue mich, dass ich die ganze Zeit immer eine Uzi nehme. Ich glaube, ich stimme jetzt auch mal an die Uzi. Einfach durchkrammeln. Der Roy, der wolle die Tür nicht aufmachen. Ich trinke mal was. Ich habe mich mal geräuspert. Guck mal, Jeff und Mark. Jeff und Mark, die haben beide keine Midi-Keys. Deswegen können die uns nicht heilen. Nein, das war aber bei einem anderen Spiel anders. Left for Dead anders, ja. Genau, hier können wir öffnen, die Tür. Da müssen wir was erreichen. Na, dann öffne mal. Ich gebe dir Rückdeckung. Kammerhammer hart. Warte mal. Natürlich. Ich bin jetzt schon tot. Ich habe wieder nur zwei Waffen. Uzi oder Pistole weiter? Aber leise. Leise. Ich dachte, ich hätte meine Waffe ausgesucht. Wir machen das. Ja. Oh, wer ist ein Chef und wer ist ein Mark? Doppelläufige. Ich nehme die einfach mal mit. Hast du keine Pistole mehr? Was? Hast du keine Pistole mehr? Warum nicht? Ähm, konnte ich noch ein bisschen was Einsamme? Wartet mal. Warum ich die nehme? Weil die leise ist. Da hinten liegt auch noch was. Hier ist nichts. Alles klar. Das ist aber die dritte, richtig? Hä? Da muss schwer draufstehen. Das ist dann die dritte. Okay. Primär und sekundär sind die beiden vorderen Waffen und schwer ist dann halt die dritte. Nun denn. Ich mache mal hier was. Wo ist meine Kettensäge? Weg. Schleich mich. Oh, Kali. War das deiner? Nichts. Alter. BNA abgeschossen. Gott, Gott, Gott. Oh, Maschinenpistole. Nö, danke. Alter, hallo? Ein Schuss. Hast du gesehen? Glanzleistung. Halt's mich mal. Ist das jetzt Teamwork oder kein Teamwork? Kein Teamwork. Kannst du knicken. Wollen wir mal hier gucken. Was ist das? Wollen wir mal hier hinten gucken. Oh, gut, da geht's ja weiter. Ich mache mal die Kiste hier auf, ne? Dafür habe ich... Doppelläufige. Dafür habe ich jetzt, ähm... Guck mal, was ich habe. Ach du, du kannst... Ich rede doch gar nicht mehr mit dir. Ich spüre auch gar nicht mehr mit dir. Wollen wir hier? Doof, ne? Ich habe Sprengladung, Schätzelein. Mhm. Ich spreng jetzt die Tür weg. Ich glaube, ich muss die Stimmen ein bisschen lauter machen. Wir müssen mal wieder labern. Ähm, nehme ich Gewehr mit? Oh! Alter, die dumme Schu... Warum hat Angel wieder... Weißt du, und das habe ich bei Left 4 Dead irgendwie geliebt. Man hat die niedergeschossen, dann kommt einer der NPCs an, schießt einmal und tötet den. Und sammelt die ganzen Punkte ein. Und die macht gerade Yoga. Ich glaube, du musst an einen anderen Heber ran. Ja, ich hebe gleich. Moment, ich mache das mal alles hier. Lauter. Ich war das nicht. Doch, du warst es. Da freut sich irgendwas. Geh mal hier gucken. Okay. Nichts. Wollen wir mal gucken gehen, was da schnurrt? Ne, ne? Ich gehe nach oben. Darauf kann man bestimmt schießen, ja. Da unten. Ja. Das wird jetzt garantiert laut. Da kommt was. Über uns. Wir müssen einmal hoch. Da stehen ein paar. Ja, das ist auch eine linke Tür. Ja. Lass dich doch einfach flachlegen. Dito, bin Schatz. Ja, äh, ja, stimmt. Da unten hat aber eine Tür geblinkert. Ja, und wir müssen die Schalter drücken. Ähm, schnell, die Zeit läuft ab. Ach du, mach du meine Güte. Nach unten? Ja, müssen wir. Alter. Lade nach. Vier Sekunden. Okay, ich komme hier nicht rüber. Müssen wir rein, schnell? Ja, na klar. So, jetzt dürfen wir wieder von vorne machen. Warte, ich betätige den Schalter. Ja, toll, jetzt ist sie in Gas. Ich mach den hier. Ja, ich komme aber nicht an den ran. Geh nach oben. Ich versuche mal mein Bestes. Spuckt, Alter. Spuck, Alter. Yes. Ich hab mein. Da schreit was. Ich seh's. Hab's erledigt? Alter, du bewegst dich aber schnell. Danke. So schnell, dass ich dich jedes Mal getroffen habe. Na, das ist halt also weh. Oh. Guck mal hier. Okay. Ja, ich seh schon, ich seh schon erste Hilfe. Brauchst du erste Hilfe? Ich bin nur leicht angekratzt. Nee. Und die Zürn hätte ich gerne. Alter Finne. Ich geh nach oben. Komm mit. Da ist irgendwo ein. Ausgesperrt, Chef und Marc. Wenn du's ja anzünden, das Ding, ne? Mhm. Abfackeln. Let's go. Komm. Shit. I don't like this. Hier ist ne Ding schwer. Stevie, we're in some main room with tracks. Ja, ich bin sofort bei dir. Ja, ich hab Kettensiege. Ich glaub, die ist gut. Für Nahkämpfe. Alter, ich kann die nicht auswählen? Was denn? Die hast schwere? Doch, lange, lange Y drücken. Gut. An hinten kann da nix kommen, ne? Dürfte eigentlich nicht sein, ne. Schade, ich dachte, ich kann... Kann ich? Nee, kann ich nicht. Der ist einfach runtergesprungen. Oder Vorfreude? Ich glaub, Marc freut sich hinter mir. Guck mal. Hat nur einer überlebt? Ein Einzelner? Wir können hier runter... Ähm, ich geh mal hier runter. Kommst du mit? Jo. Ähm, da drüben ist noch ein... Oh Gott, wo packe ich denn das hin? Was? Was? Alter. Wo hast du das Ding her? Hoffen, die Mitte ist in Ordnung. Unter uns ist ein Boom oder so. Ich denne mal hier einfach... Oder auch nicht. Ähm, Munition bei mir. Okay. Hei braucht man sich ja gar nicht. Ah, das wird lustig. Soll ich betätigen? Ja. Von wo? Ich glaub, die kommt von überall her. Oh, fucker, look at that! I can't get the engine running. Oh, I guess you'll have to fight them without me. Oh, my God. Alles klar? Hei dafür, ne? Ob da nicht alles kommt. Alter, das ist ja eine Massenherde. Ich kann hier aber nicht weg. Alter, wo seid ihr denn? Auf der anderen Seite hier. Und ich verteidige hier die ganze Zeit alleine drin. Sorry. Ich weiß nicht, ob das hier so sicher ist, hier draußen. Wenn du sogar von oben kommen können. Na, dann wieder rein in die Hütte. Alter, aber der hat ein Breakdance gemacht. Woher zieht sich denn hin? So, Munition. Sehr schön. Angel, kommst du klar? Ah, hey, Mini. Warte mal. Alter! Komm, der hat einfach hinter den hergeschlichen. Uh. Er hat sich gerade gefreut, irgendwie. Wir sollen Position verteidigen da hinten. Müssen wir da jetzt hin? Kommen wir da hin? Ich weiß es nicht. Ich muss nachladen. Dann gehen wir da hin, oder? Ist gut. Eliminieren. Oh Gott, müssen wir da hinten eliminieren. Ich, bei mir steht verteidigen. Jetzt müssen wir eliminieren. Wo bist du hin? Ja, wir rennten jetzt schon wieder vor, ne? Also, ich glaube, das sind einfach nur die Zombies hier. Aua. Ich will nochmal nachladen. Ich will nochmal nachladen. Okay, ist die Bahn schon weg? Die fährt gerade vor. Ich will nachladen. Ich will nachladen. Ich auch. Ich will nachladen. Ich auch. Hier? Hier? Ja. Da oben. Da unten? Dings höre ich hier. Ich habe ein Verteidigungs-Dings. Warte. Keine Ahnung, wo ich das hinstellen soll. Ich nehme es erstmal mit. Kannst du das aufmachen? Keine Sprengladung. Ja, ich auch nicht. Ich gebe sie. Ob hier einer rumliegt? Ich weiß es nicht. Ich gelärts. Mich aber auch. Gonna. Einfach mal ins Bein geschossen. Das ist ein creeper. For uns ist auch alle Hand. Gut, das kümmer. Ich folge dir mal, das machen die Jungs dahinten. Hier ist was zum Sammeln. Ähm. Ah Angie, du bist fast tot, ne? Echt? Ja. Hast du noch Mediki? Soll ich den heilen? Ich hab noch Mediki, ja. Warte, ich heile ihn. Wo ist denn der? Der ist gerade weggerannt. Der wird uns weiterhin, ähm, Punkte klauen kann. Ja, so wie Coach und Nick. Die alten guten Freunde. Oh, Motorsäge. Oh. Aber ich hab was schweres dabei. Hm. Ach, scheiß drauf. Ich nehm das jetzt einfach mit. Zwei Mouzis. Ich, warte mal. Jungs. Gott sei Dank. Okay, scheiß drauf. Ich nehm die jetzt so, wie du siehst. Mach mal. Ich drück mal. So. Ja, auch immer freiwillig hier runter geht. Hier. Oh Gott. Da blinken keine Türen. Wollen wir mal? Wollen wir machen? Gabelstapler. Wieso haben wir hier aufgemacht, weil hier nichts ist, ne? Braucht ein bisschen Dings. Stinky. Alter. Alter. Okay, er ist explodiert. Schön, ich kann hier hinten stehen. Dumm, dumm. Oh, Granaten. Mitgenommen. Das wollte ich eigentlich auch machen, aber dann kam Stinky rein. Er schreit da unten. Ja, müssen wir auch hin. Sonst kommen immer mehr. Sehr schön. Oh. Noch besser. Oh. Dick. Gott sei Dank, sie hat die Luft angehalten. Keine Schlüsse gefunden. Ich wollte gerade sagen, Kali has the key. Nächsten. Ja, da kommt was. Ist erstmal unwichtig geworden. Und da hinten ist noch ein Key. Eventuell. Eine Leiche ist da. Meint ich. Seid ihr da? Ja, sehr schön. Ja, damit. Ah, hier hätten wir sowieso hingemusst. Oh, Kali has the key. Ja, freust du dich? Ich bin total glücklich. Ich bin so stolz auf dich mit meiner Kettensäge. Ich komme mir vor wie, ähm, oh, wie, äh, Tanz der Teufel? Wie heißt der nochmal? Der Charakter? Ash? Ja, Ash, genau. Hinter uns kommt noch was. Jetzt übernehmen die Beine, glaube ich, hoffe ich. Ist ja lustig, wie die sich runterstürzen, ne? Hm. Da, Spuck, Olle. Desinfizieren? Oh, oh. Oh, mein Gott. Hab ich die noch? Da oder? Nein. Ähm. Weiter. Ich messe die. Ich messe einfach. Oh, Stinker. Vorsehe, nicht so weit nach hinten. Ähm, Dickie. Ja. Eieieieiei. Da schnorschelt noch was. Ja. Wir müssen eins runter, ne? Na denn. Ah! Ah! Klang deswegen ist es nur überzeugend, so ein bisschen? Sehr überzeugend. Fucker. Abgedrückt. Und... Oh, really? Ich bin real tired of this. Find that goddamn key. Wir haben Bodies on the lower level and the gas. We go together. Keep your medkits handy. Toll, ich bin fast tot. Wo bist du denn? Hier, bei dir. Aber ich hab keinen... Ja, fast tot. Aber ich hab noch eins. Ähm... Dann versuche ich mich von oben zu verteidigen. Dann renne ich durch. What? Da unten ist Gas. Wenn du keine erste Hilfe hast... Und da ich die Einzige bin? Die? Ich renne hin. Ab nach oben. Ab nach oben. Wieso seid ihr alle unten? Na, um dich zu verteidigen. Auf weinen? Auf weinen. Ja. Ja. Hier ist irgendwo ins Rümer. Ich hab aber nicht gesehen, wo er ist. Hast du einen Schlüssel bekommen? Ja, irgendwas hat die gebrüllt. Ja, dann ran da. Da liegt ein Erste Hilfe. Wo? Da unten. Auf, auf, auf. Auf der Kiste. Gas ist weg. Auf der Kiste, 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 auf der Kiste. Ja, du rennst schon gut. Warte, ich zeig's dir. Ja, ich seh's. Nein, das ist hinterm Zaun. Ja, eine Runde rum. Sieht aber auch kacke aus. Ich hab aber noch. Dann heil ich mich jetzt mal eben schnell. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Oh. Oh, hier ist Erste Hilfe. Und hier ist noch was. Kiste. Ich hab ne Sprengladung. Wir können die Dings aufklatschen. Ja. Oh nein, ich hab mich doch grad geheilt. Oh, du bist auch. Alter. Du musst mich desinfizieren. Oh mein Gott. Ich glaub ne UC ist besser. Heike, wer eigentlich auch schön ist. Ich würde ja Pistole dann weglegen. Aber nö. Aber nö. Ähm. Ja. Wir könnten doch ne Tür aufsprengen, ne? Aber wo denn bitte? Weiß ich jetzt nicht mehr. Wo waren die denn auf dem Weg? Jetzt sind weiter weg. Komm mal so nicht mehr hin. Okay. Augen war ab. Lieber hierbleiben und alles killen. Ja, bleibt doch oben. Na dann. Komm auf. Bei dir nicht ran. Die plumpsten alle runter. Komm, wir stellen uns hier rauf. Guck mal, da brüllt einer. Wir gehen nochmal hoch. Erreicht. Ah, Hälter. Viel zu nah. Immer noch viel zu nah. Oh Gott. Krass. Oh, da ist ein dicker, 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 dicker. Ihr lebt. Alter, er hat sich schon wieder. Alter. Ich glaube, meine Kute muss sich erstmal beruhigen. Und ich muss niesen. Das ist ungünstig. Dann war da echt gerade ein Blatt. Sorry, Leute. Alter, ich habe ihrs Gesicht weggeschossen. Ach, die dankt es dir. Ja, eigentlich brauchst du hier nicht mehr rumdrehen. Wir sollen uns bewegen. Wir schrotzen. Bist du eine Rotz, Alter? Ja, hier ist noch eine Rotz, Alter. Du hast sogar ne ... Der wird stinken. hallo na ja das sieht nicht aus weiter nach oben hab ihn die lassen sich ja episch runter die bei mir die können hier noch Au! Vor bald kein Ammoni mehr. Ja, zur Zeit. Hier, komm! Gut, Tür geschlossen. Nicht ganz. Ah. Alter. Fun, Fun, Fun! Ich hab keine Muni mehr. Hast keine mehr? Ich spielst du, oder? Nee, braucht doch keiner. Wer? Muni? Wollen wir diesen... Nee, wir heilen erst mal uns und dann gucken wir, ob wir die heilen. Kleine NPCs, scheiße. Aber ich muss mich auch ein bisschen heilen. Gut. Sehr schön, haben wir. Oh? Nö, die kriegen nischt. Wie eh und je, oder? Soll ich... Wollen wir das hier sprengen? Etwas dabei. Ähm, wie du magst. Vielleicht gibt's dir da was leckeres drinnen. Vielleicht eine gute Waffe, oder so. Naja. Okay, die ist super. Oh, warte mal, ich muss ja weg! Hahaha. Erste Hilfe haben wir hier. Rotflinte. Warte, erste Hilfe haben wir hier? Na, dann heile ich mal diesen... diesen... den hier. Haben beide ganz schön was abbekommen. Gelitten, ja. Haben wir denn noch eins? Nö, ne? Nein, das war's. Wir haben nur noch für uns beide was. Dann haben sie Pech gehabt. Hehehehe. Weiter? Ja. Warte mal, ich hab grad ein bisschen geschossen. Ich hab... ich muss nachladen. Warte noch! Oh! Oh mein Teddybär ist so niedlich! Mach... Upsa! Ach, das ist die. Okay. Wollt grad sagen, mach auf. Ich hab immer mein Beutelchen dabei. Da drüben ist auch noch ne Erste Hilfe. Guck mal, da unten müssen wir hin. Da drüben ist auch ne Kiste. Was haben wir hier? Ach. Granaten. Winkert denn das hier? Jetzt winkert es nicht. Hä? Ich glaub, wir können einen heilen. Armbrust. Äh, Angel, komm mal her. Was ist denn da stehen? Wieso hab du euch nicht in die Ecke gestellt? Ich hab seinen Arsch gerettet. Geil. Ich kletter mal. Ich bleib bei meinen Dings. Ähm. Achso, du bist da, du? Ich dachte, wir müssen nach unten. Creeper! Ja, ich hör uns. Wird die alle da? Ja, ich bin bei dir. Warte mal, warte mal. Darauf hab ich Bock. Achso, ich dachte, es kann man in die Luft springen. Es geht. Okay. So. Knie nieder, mein guter. Yes, I too. Da drüben ist die Kettensäge, ne? Jaja, ich hab auch noch eine. Stinky. Oh, Spooky. Und. Ne fette Explosion. Äh. Ich kann Geschütztürmer hinpacken. Na dann, ja. Oder nee. eins kann ich den packen. Oder eins kann ich den packen. Ähm. Alter. Gut, ich schau mich noch mal kurz um, ob ich irgendwas finde. Der hängt ja echt hier. Nee. Munitioner. Alles frei. Okay. Hier ist noch so ein Ding. Ähm. Wir aktivieren das mal noch nicht, ne? Kann ich nicht die Tür zumachen? Was, das den Geschützturm? Nein. Das Teil hier, bevor du... Ich weiß ja nicht, wo du es hinstellst. Vor der anderen Tür? Wo du den hinstellen kannst, dein Türchen. Ah. Könnte ich auch vor der anderen Tür machen. Hier kannst du was aufmachen. Aber dann hätten wir... nichts, was vorne vielleicht uns schützt. Nee, kann ich leider nicht aufmachen. Ich hab keinen Sprengstoff. Ich kann dann mal hier hoch gehen. Pack ich das hier hin? Ich pack mal das hier hin. Warte mal. Hier ist auch noch was. Hab auch noch mal so ein Ding. Mhm. Ach, das kann ich hier hinstellen. Vielleicht hier hin. Oder da unten hin? Ich hab keinen Plan. Dann haben wir mehrere Teile. Die einzelnen da oben ist noch eins. Nee, das ist was anderes, glaub ich. Da ist ne Waffe. Ah, ne Sprengladung. Da unten ist was zum Aufmachen. Ja. Hier, da wo der Kunde liegt. Ja, ich nehm... Das da. Da ist sie! Ich dachte gerade, ich fall noch weiter runter. Und die beiden Jungs bleiben stehen. Oh, hier was Spezielles. Beschützturm. Das eine wird uns auf jeden Fall verteidigen. Ja. Wo bist du? Da hinten. Da sind noch... Ja? Heildinger. Heben wir... Okay, eins ist nur noch da. Heben wir auf, ne? Ja. Soll ich jetzt hier auf den Griff drücken? Das eine. Ja, ja. Drück. Okay. Ja, wenn wir so viel aufstellen konnten, will ich ja nicht wissen, was kommt. Ja, wir haben auch das schwerste eingestellt, ne? Da wird so einiges kommen. Black Friday. Alles klar. Bam, 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 bam. Ha, 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 ha. Ich glaube, ich habe die falsche Waffe. Kann man die eigentlich auch nachladen? Die kann man gar nicht nachladen. Pass auf. Erledigt. Auf der Seite steht Kena. Okay. Netta dir. Entschuldigung. Alles gut. Habe ich hier noch... Ja. Granaten habe ich. Ich habe den Eindruck gekickt. Warte mal. Wie sind die denn hier? Hihihihihihihi. Das Piepen hier. Du weißt das nicht. Oh, die Dinger musst du auffüllen. die Waffen. Ja. Ähm. Du musst dahinten. Ja. Wir müssen den Fahrer verteidigen. Ja. Granate. Ja. So, Fahrer ist geschützt. Keine Granaten mehr, aber... Ich auch nicht mehr. Munition. Doch, zwei Stück hab ich noch. Die Geschütztürme müssen nachgeladen werden. Ja, wie denn? Wenn sie gelb blinken. Ach so. Ist der Haufen umgefallen. Haha, geil. So. Geschützturm ist... Ich halte doch schon rein, aber der Haufen steht hier unten immer noch. Der ist nachgeladen. Da eigentlich ist es dann vom Weiten an, dass sie gelb sind. Ja. Der eine ist schon wieder leer. Ja. Ist das Grün hat gerade gesprungen. Der eine ist schon wieder gesprungen. Ja. 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 Kann mich so erschrecken. Wer will mehr? Wer will mehr? Ich treffe dir ja nicht da. Aber ist das eine schlechte Position? Die Zeit läuft übrigens ab, deswegen. Die Zeit läuft ab. Gut, der Fahrer ist geschützt. Haben wir es geschafft. Oh, Schwarm eliminiert. Alter. Meine Güte. Du Arsch. Ich wollte schon sagen. Das war so ein Kali-Move. Einfach wegfahren? Ja. Es war ein Siegmann. Trotzdem war das so ein Kali-Move. Ich fahre dann mal. Tschüss. Danke für die Hilfe. Ja. Den Rest bräuchte ich dann alleine. Ach ja. Schlitzer. So, guck mal. Killer. Mais getötet. Nice. Ja. Vernichtungsexperte. Aha. Kopfjäger. Aha. Aha. Überlebenskünstler. Aha. Entdecker. Aha. Das ignoriere ich einfach mal. Mhm. Mhm. Weil ich die ganze Zeit die Geschütztürme aufladen musste. Ja, ja. Weil eine gewisse Person so faul war, da mal hinzugehen. Boah. Hast du nicht gesagt. Habe ich aber sowas von gesagt? Ein bisschen. Immer bereit. Immer bereit, du. So, aber jetzt kommen wir. Solo. Ah. Ja. Oh, ich habe nichts gelevelt. Scheiße. Ja, wieder Punkter. Ah, sehr schön. Ah, sie ist immer noch traurig. Gut, dass wir... Gewehr. Gewehr? Hast du Gewehr genommen wird? Ein bisschen, also, ganz, ganz, bisschen kläglich. Also, wir machen das so. Wenn wir die richtig guten Waffen dann haben, dann machen wir auf Hardcore. Was? Wir sind doch schon auf Hardcore. Was erzählst du? Ach ja, stimmt, ja. Ja, sorry. Ich war wieder ganz woanders. Dann würde ich sagen, danke ihr Lieben fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Das Schlachten geht hammerhart weiter. Und wie. Oh ja. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss